Hallo, hier ist der Martin von meiner Bank, hier ist das die DAX-Analyse für Donnerstag, den 19.11.2020 und unser DAX verbringt weiterhin Zeit auf dem stillen Örtchen in Wartehaltung, studiert hier weiter die Sachlage, kommt offenbar zu keinen neuen Erkenntnissen und damit auch nicht zu neuen Signalen. Das heißt, das, was wir im Chart sehen, ist weiter seitwärts orientiert, das ist andersrum, also einmal gespiegelt, wie ich es erwartet hatte. Ich hatte eher damit gerechnet, dass der DAX unten raus hier nochmal die 960 nachholt, von einem vielleicht etwas höheren Start um 13.200 und dann von unten aufdreht, ist es nun genau andersrum gekommen, tiefer Start, dann hoch an die 13.200 und zurück, aber der Kerninhalt, jetzt hier ein bisschen komisch, dass die Bewegung immer kleiner wird, wenn wir das jetzt mal so sehen, so haben wir vielleicht das Wesentliche alles drauf hier. Wenn wir das jetzt mal so sehen, bleibt er ja letztendlich im Korridor. Also wichtig war ja, dass wahrscheinlich erst mal die Range fortsetzt halt und hier einfach seitwärts weiterläuft. Ich würde das jetzt einfach hier auch so mitgeben, würde das hier so nochmal als einfach den Fokus da nochmal draufsetzen, dass wir uns nochmal bewusst halten, dass der Markt aktuell einfach in der Range ist und die Range auch im Zweifel weiter fortsetzen kann. Sie sehen es schon, ich rücke hier ein bisschen die Pfeile außen raus. Warum mache ich das? Es ist Donnerstag. Donnerstag ist unser DAX immer so ein bisschen ein kleiner Idiot. Da rupft er gerne mal ein bisschen aggressiver auf der einen oder anderen Seite. Da muss man unterstellen, dass er oben und unten versucht auszubrechen halt. Das wäre typisch für Donnerstag, wenn er es auf beiden Seiten probiert. Erst unten rausschlägt, lang rausschlägt, dann vielleicht sogar komplett sich umdreht. Irgendwelche Nachrichten am Nachmittag kommen. Der DAX wie ein Gestörter nach oben ballert. Oben drüber rupft über die Kanten und dann am Ende trotzdem wieder in der Mitte schließt halt. Das sind typische Donnerstage. Also dieses Hin und Her, dieses starke Austreiben auch, das ist sehr, sehr markant. Man muss da halt natürlich aufpassen, dass man sich jetzt nicht hinstellt in dem Moment, wo der Markt nach unten losrennt. Und sie sagen sich dann, Mensch, der Martin hat gesagt, der schlägt dann irgendwann nach oben und ballert komplett hoch und deswegen hauen sie dann in die ganzen roten Kerzen schon Longs rein. Ne, 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 bitte. Das, was ich sage, auch genau nehmen, weil sonst verziehen sie sich die Wahrscheinlichkeiten halt. Also dann braucht man nicht analysieren. In dem Moment, wo wir dann den Markt missachten. Also es ist dann schon wichtig, darauf zu achten, wie denn die Stundenkerzen kommen. Das heißt, in dem Moment, wo der DAX eine Übertreibung macht, nach unten. Die würde ich zum Donnerstag sagen, unterhalb 1360, 1340 muss er erstmal hin, um eine Übertreibung zu machen. Bringt er uns einen Stundenschuss unter 1360, 1340. Kann eine Übertreibung nach unten starten. Die kann bis 1269 gehen, die kann aber auch bis 12900 gehen. Und wenn da aber keine grünen, markanten, drückende Kerzen am besten noch mit einer News kommen und er bleibt rot und er bleibt ganz flach unten und drückt weiter rot. Ey, wirklich, dann lassen sie ihn nach unten laufen halt. Dann wird es ein Trendtag. Ja, aber in dem Moment, wo er hart auskontert, dann sollte man vielleicht auch mal sagen, ach Mann, ich wollte doch noch mit meinem Short bis 12900. Aber jetzt kommen die langen grünen Kerzen, von denen der Martin gesprochen hat und dann nehme ich vielleicht jetzt hier schon mal ein paar Gewinne mit. Das ist das, was ich ihnen sage, dass sie da ein bisschen diesen Fokus drauf behalten, dass sie da einfach ein bisschen aufmerksamer sind und das für sich verarbeiten dann halt. In dem Moment, wo sie sehen, der geht unten in die Übertreibung, kondert sich scharf aus, drückt starke grüne Kerzen. Dann sollte man dort erstmal Short reduzieren, macht er dann neue Tiefs. Kann man nochmal wieder reingehen halt. Aber in dem Moment, wo er eine harte Umkehr andeutet, sollte man zum Donnerstag oben wie unten, das kann auf beiden Seiten stattfinden, oben wie unten einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn er hochstellt. Wenn er lang oben rausdrückt. Ich würde sagen, die Übertreibung fängt hier oben über 13200 an und die kann dann durchaus erst mal bis 300, 330 gehen. Und wenn wir auch dort eine fette, lange, rote Kerze, eine schicke Konterkerze nach unten bekommen, lassen sie es im Lauf. Im Zweifel läuft er wieder auf 13200 oder gar 13150 zurück. Warum? Weil er es nichts anderes die ganzen Tage gemacht hat. Er kriegt ja immer wieder hier Klickergeräusche. Er kriegt ja immer wieder Belohnung dafür, dass er hier reinläuft. Wenn ihm alle das Geld da reinwerfen und die Stopps hier in die Range knallen. Also dann passen sie da zum Donnerstag auf. Natürlich gilt aber auch, oben kommen keine markanten roten Konterkerzen oder er wirft eine rote und legt sich dann wieder eine grüne drüber. Auch dann eher Longpotenzial zu suchen. Dann in dem Trend mitschwimmen, in der Bewegung. Eben so lange, bis er hart anfängt auszukontern. Und im Zweifel kann das halt auch erst in so einem Bereich werden oder in so einem Bereich auf der Unterseite. Die 740 bis 690, das ist hier Knautschzone Nummer 1. Hier kommt auch so eine kleidende Durchschnittslinie an. Also 740 wäre so ein Übertreibungsziel. Aus der Übertreibung aus, also wenn da wirklich einen Trend unten raussteht. Ich würde aber eher denken, dass wir uns in dem Bereich zwischen diesen zwei Barken hier, dass wir hier einfach ein bisschen rumschlagen. Oben und unten rumschlagen. Das wäre für Donnerstag typisch. Ja, ansonsten hier unten, Gap Close, 490, das ist ganz schön weit weg. Das wäre für Donnerstag ein bisschen zu viel. Aber Donnerstag ist Action-Tag. Also den Namen, den hat er sich nicht ohne Grund verdient. Muss man mal ein bisschen auf der Hut sein halt. Wie gesagt, ich würde favorisieren, dass wir hier ausschlagen, mal unten ausschlagen, mal oben ausschlagen. Ich würde mich nicht anmaßen wollen, eins zu präferieren oder eins dem anderen auszublenden. Es ist beides drin. Sieht ein bisschen aus, wie es hat er nach unten angetauscht. Aber wir kennen diese Tage, wo der Dachs in der Range am Abend nach unten schlägt und am nächsten Tag mit einem harten Aufwärtsgap reinkommt. Kommt auch oft genug vor. Also mir ist es wichtig, behalten Sie den auf der Stunde im Blick. Planen Sie ein, dass er über der 13200 rumsteigt, dass er dort in eine Übertreibung reingehen kann, wenn er einen Stundenschuss drüber stellt. Unten die 1360 ein bisschen im Blick behalten. 1340. Geht er da per Stunde drunter, hat er dort Übertreibungsmöglichkeiten. Geht er nicht per Stunde raus, bleibt er einfach dazwischen und spackt wie ein Dummer da rum halt. Also das kann er wirklich ein paar Mal hin und her gehen. Wäre übliches Bild für den Donnerstag. Gut, damit würde ich hier in der Stelle schon zumachen. Tagesshot brauchen wir uns nicht angucken. Der hat fast da geschlossen, wo er gestern geschossen hat. Nächstes stimmt gar nicht. Das ist ein bisschen tiefer geworden. Knapp 30 Punkte tiefer, ist aber trotzdem relativ nah an seiner Eröffnung. Das heißt, die Kerze sieht auch nicht anders aus, wie alles, was wir vorher hatten. Ja, das ist nur Geschiebe zur Seite. Der Trend ist seitwärts und deswegen würde ich auch zum Donnerstag seitwärts favorieren. Bloß etwas volatiler und mit ein bisschen mehr. Ja, wie als hauen sie so eine extra Portion Chili rein. Also das kann ich mir gut vorstellen, im Gegensatz zu den letzten Tagen, dass sie oben und unten reisen. Mehr brauche ich Ihnen hier eigentlich nicht sagen. Behalten Sie das mit den Stundenkerzen im Blick. Nicht, dass Sie mir dann gegen die roten Kerzen die ganze Zeit long gegenfeuern, weil Sie sagen, hey, der Martin hat gesagt, der dreht. Warten Sie. Es hilft Ihnen. Ansonsten stehen Sie vielleicht hier und am Ende wäre die erste grüne Katze erst hier gekommen. Das ist jetzt übertrieben dargestellt, aber ich glaube, Sie verstehen, was ich Ihnen versuche zu sagen. Jutz, machen wir zu. Ich drücke die Daumen. Maximale Erfolge, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.